Willkommen zum Video des Automagazins TuningBlog, das sich ganz der Yamaha MT-125 widmet. Falls du Informationen zu einem anderen Fahrzeug benötigst, lass uns bitte eine E-Mail, eine WhatsApp oder einfach einen Kommentar mit dem Modellwunsch hier unter dem Video da. Die Yamaha MT-125 gehört zu den Einsteigermodellen der Hyper Naked Serie und wird im Modelljahr 2025 mit einigen beeindruckenden Updates vorgestellt. Mit ihrem markanten Dark Side of Japan Design bringt die MT-125 nicht nur optisch das Feeling der urbanen Motorradkultur auf die Straße, sondern überzeugt auch durch technische Finessen. In puncto Ausstattung legt die neue MT-125 ordentlich zu. Der Euro 5 Plus Motor sorgt für bessere Leistung und reduzierte Emissionen und durch eine verbesserte Konnektivität wird das Fahrerlebnis noch intuitiver. Jetzt kann der Fahrer sich beispielsweise über eingehende Anrufe und Nachrichten direkt über das LCD-Display informieren lassen. Außerdem ist die MT-125 jetzt mit einer praktischen Turn-by-Turn-Navigation, Musiksteuerung und Wetterinformationen ausgestattet. Ideal, um stets den Überblick zu behalten und das Fahrerlebnis zu maximieren. Als Hyper Naked Modell ist die MT-125 für die Klasse A1 und somit ideal für Fahranfänger und junge Fahrer, die das sportliche Yamaha-Erlebnis genießen möchten. Das Fahrzeug wird 2025 zudem in einer brandneuen Farboption namens Ice Storm angeboten. Diese Farbkombination aus hellem Grau und auffälligem Hellblau macht die Maschine auch optisch zu einem echten Hingucker auf der Straße. Die MT-125 steht mit einem Einzylinder-Motor und circa 15 PS Leistung parat, was sie zu einem leicht handhabbaren und dennoch aufregenden Modell für alle macht, die sich an die Welt der Hyper Naked herantasten möchten. Die Yamaha MT-125 bietet mit ihrem präzisen Handling und dem sportlichen Fahrwerk ein dynamisches Fahrgefühl, das bei neuen wie erfahrenen Fahrern gleichermaßen ankommt. Auch die Bremseeigenschaften und die einstellbare Federung tragen zur guten Kontrolle bei und machen sie zu einem Modell, das sowohl im Stadtverkehr als auch bei Ausfahrten auf Landstraßen begeistert. Abschließend bleibt zu sagen, dass Yamaha sich mit der neuen MT-125 einmal mehr treu bleibt und ein Motorrad anbietet, das nicht nur von hoher technischer Qualität und einem faszinierenden Design geprägt ist, sondern auch das Herz jedes Motorrad-Enthusiasten höher schlagen lässt. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr spannende Inhalte rund um Yamaha und andere Fahrzeuge sehen möchtest, lass doch gerne ein Abo da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017